Grüß euch! Wir bemerken immer wieder, dass sich Leute von einer Bergtour abholen lassen, weil zum Beispiel einer iPhone sagt, es regnet, weil nämlich das Tagessymbol heute Wolken mit ein paar Tropfen sind. Und in Wirklichkeit ist ein Berg aber total schön. Vorsicht in dem Fall kann gut sein, meistens ist es aber zu kurz gegriffen, anhand des Tageswetter-Symbols zu entscheiden, ob man am Berg geht oder nicht. Und warum das so ist, zeige ich euch im heutigen Tipp der Woche, wo es letztlich ums richtige Lesen einer Wetter-App geht. Ich habe euch jetzt MeteoBlue aufgemacht und den Eisenstein ausgewählt und wir nehmen an, wir wollen am Mittwoch wandern gehen. Dann zeigen euch die meisten anderen Apps, zum Beispiel das Wetter am iPhone, dann zeige ich dir nur das große Wetter-Symbol, obwohl es in dem Fall Wolken mit Regen und ein bisschen Sonnen. Das heißt, man würde sich wahrscheinlich entscheiden, daheim zu bleiben, weil es regnet ja. MeteoBlue, und deswegen zeige ich euch das an, geht da ein bisschen weiter und sagt ein bisschen mehr Informationen, schon am Hauptbildschirm an. Es wird 10-20mm regnen, was ziemlich früh ist, eigentlich aber auch 5 Stunden Sonnenschein und der Wind wird ein bisschen gehen, sagen wir da. Dennoch, es schaut so aus, wie wenn der Tag nicht so schön war und man würde jetzt vielleicht daheim bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es nicht nur das Tagessymbol ausschaut, sondern auch heruntergebrochen auf die Stunden. Wenn man das nämlich da an dem Mittwoch tut, dann seht ihr, aha, es regnet in Wirklichkeit sehr stark in der Nacht, nämlich von 1 Uhr bis, sagen wir mal, 4 Uhr, 5 Uhr, dann wird es immer schöner. Und siehe da, ab 6 Uhr Uhr scheint eigentlich die Sonne und das bleibt den ganzen Tag so. Weil das um 14 Uhr ist eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass das eintritt und es regnet unter 1 mm in der Stunde. Das ist quasi ein leichter Niesl, möglicherweise, vielleicht eine Stunde lang und deswegen bleib ich nicht vom Berg daheim. Also schaut euch das bitte genau an, vertraut euch nicht einfach nur den Tagessymbolen. Geht in die Stunden rein, plant eure Touren ordentlich und mit einem ordentlichen Blick aufs Wetter und nicht nur auf ein einziges Symbol.